Paul Hermann Bild war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Er war einer der herausragenden und wandelbarsten Charakterdarsteller des deutschen Theaters, der seine Erfolge an den Berliner Bühnen von Max Reinhardt genauso wie im frühen Film feierte. Leben und Werk Paul Bild war eines von sechs Kindern des Gemischtwarenhändlers und späteren Gastwirts Ferdinand Wilhelm Bild und seiner Ehefrau Auguste Marie, geborene Fibelkorn. Er besuchte die Luisenstädtische Oberrealschule am Heinrichplatz bis zur Primarreife. Schon als 14-Jähriger erregte Bild bei einer Amateurtheateraufführung des CVJM mit einer Lehrerparodie aufsehen. Die in Treptow begonnene Ausbildung zum Polizisten brach er ab und nahm Schauspielunterricht bei Friedrich Möst an der Reicherschen Hochschule für Dramatische Kunst. Am 2. Mai 1905 gab er sein Debüt am Sommertourneetheater des Berliner Theaterdirektors Linsemann in Hannover. Ab Herbst 1905 war er im Schillertheater in Berlin engagiert, wo er acht Jahre verblieb. Dem folgte ein Engagement am kleinen Theater, das aber durch den Krieg unterbrochen wurde. 1910 feierte Bild sein Leinbanddebüt. Im Ersten Weltkrieg musste er wegen einer schweren Erkrankung nur kurz die Uniform tragen und wurde bald wieder entlassen. Bild avancierte zu einem der meistbeschäftigten Schauspieler der Stummfilmehrer und wurde in den 1920er Jahren auch ein gefragter Charakterdarsteller. Außerdem arbeitete er als Filmregisseur und mit dem Aufkommen des Tonfilms auch als Dialogregisseur für einige Filme. Da Bild dem Deutschen Theater angehörte, wirkte er in der ersten Inszenierung des Berliner Ensemble mit. Seit 1908 war er mit der jüdischen Schauspielerin Charlotte Friedländer verheiratet und Vater einer Tochter, Eva Bild. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 lief er Gefahr, aufgrund seiner jüdischen Ehefrau ins berufliche Abseits zu geraten. Unter dem Schutz von Intendant Gustav Gründgens spielte er weiterhin am preußischen Staatstheater, und auch die Ufer betraute ihn mit zahlreichen Aufträgen, was allerdings auch dazu führte, dass er in diversen Propagandafilmen mitspielte. Kurz vor Kriegsende wurde er in die gottbegnadeten Liste aufgenommen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebten Bild und seine Tochter Eva im Landhaus von Gustav Gründgens in Zesen. Nach der Besetzung des Ortes durch die Rote Armee am 26. April 1945 nahmen beide eine Überdosis Veronal, an der Eva Bild starb, während Paul Bilds Leben nach tagelangem Koma gerettet werden konnte. Nach seiner Genesung holte Gründgens Bild an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Es folgte 1954 bis zu seinem Tod ein Engagement an den Münchner Kammerspielen. Auch der deutsche Nachkriegsfilm fand interessante Rollen für den Darsteller, der bis zu seinem Tode in über 150 Filmen mitwirkte. Er arbeitete unter anderem in einigen DEFA-Spielfilmen, wie 1950 in Der Rat der Götter und Das kalte Herz. Darüber hinaus arbeitete Bild auch als Synchronsprecher und lieh seine Stimme u. a. Sacha Gittri und Walter Brennern. Für seine schauspielerische Leistung am Berliner Ensemble in Berthold Brechts Mutter Courage und ihre Kinder wurde Bild im Kollektiv 1949 als einer der ersten Schauspieler mit dem deutschen Nationalpreis geehrt. In erster Ehe war Paul Bild mit der Schauspielerin Charlotte Friedländer verheiratet. Aus dieser Ehe stammt die Tochter Eva Bild, die später als Rezitatorin auftrat und mit Helmut Gollwitzer verlobt war. Nach dem Tod seiner ersten Frau war Bild in zweiter Ehe mit Katharina Pape verheiratet. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Dahlem.